Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Das hat Steinmeier 2020 gesagt. Und wie ihr seht, es ist noch besser geworden. Denn Deutschland droht die Deindustrialisierung, wegen der ansteigenden Gas- und Strompreise. Ja, wer hätte das nur für möglich gehalten? Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum sich alle solche Sorgen machen. Ich meine, wir sind doch super besetzt auf den jeweiligen Regierungsposteln. Denn Wirtschaftsminister Habeck ist doch das beste Beispiel. Er selbst hat gesagt, dass ein weiter Betrieb von einem Atomkraftwerk gar keine Auswirkungen auf den Strompreis hätte. Tja, Herr Habeck, laut einer Studie würde Kernenergie die Preise sogar deutlich senken. Aber kann man es Ihnen verübeln, dass Sie das sich wussten? Weiter heißt es unter anderem im Text, Der Strompreis würde sich demnach im Jahr 2024 um bis zu 12,1% absenken lassen, indem man die drei Atomkraftwerke mit neuen Brennelementen ausstattet und weiterlaufen lässt. Die Ökonomen widersprechen Aussagen von Wirtschaftsminister Habeck, der nur von einem geringen Preiseffekt gesprochen hatte. Aber sind wir mal ehrlich, das macht die Kuh auch nicht mehr fett. Und immerhin retten wir ja damit das Klima, Leute. Leider gibt es aber auch bei den erneuerbaren Energien alarmierende Studien, denn Windräder könnten Klimawandel verstärken und Dürren auslösen. Tja, zu früh gefreut, oder? Aber ich zitiere jetzt einfach mal Mutti Merkel, wir schaffen das. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Ja, wir leben heute in dem besten, das ist jemals gegeben hat.